Jetzt bin ich für euch in diese Traum of the Location gefahren, aber hier ist definitiv zu viel Wind und ich erinnere mich an mein Ducati-Video, da hat es geheißen, hey, zu viele Hintergrundgeräusche. Ich habe zwar ein besseres Mikro und das hat auch einen Windschutz, aber in München ist gerade Unwetter am Vorbeiziehen, sehr, sehr windig, die nächsten vier, fünf Tage soll es durchregnen. Dann nehme ich das, glaube ich, zu Hause für euch auf, damit ihr die beste Tonqualität habt, aber bestenfalls im Greenscreen, das Video von hier. Schauen wir mal, ob das klappt. Hallo und herzlich willkommen, ich versuche auf jeden Fall mal Videos vorzuproduzieren für die nächsten vier bis sechs Wochen, deshalb seht ihr mich schon wieder hier, diesmal kein oranges BMW Hächlingen Shirt mehr, sondern ein weißes. Also, jetzt geht es um ein super cooles Video und zwar um das Review-Video der Harley-Davidson Pan America. Es ist wirklich ein tolles Motorrad, es hat eigentlich nahezu alles, außer den Quickshifter von Haus aus dabei und es macht mir wirklich, wirklich richtig Freude. Und, weil ich persönlich auch festgestellt habe, dass in der Vergangenheit das eine oder andere Review-Video irgendwie strukturlos war, hier eine Struktur, die ich mir abgeschaut habe bei der Ducati Multistrada V4S, weil da habe ich zum ersten Mal versucht, auch eine Struktur reinzubringen. Die Kapitel, die kommen werden, auch unten für euch verlinkt, sind vor allem mal Eindrücke vom Display, dann der Lenker allgemein und die Knöpfe darauf, dann Konnektivität, Karte, Fahrwerk, Fahrmodi und Straßenlage. Das Licht, ich finde wirklich ein sehr geiles Thema. Stabilität und Verarbeitung, natürlich habe ich sie direkt hingelegt und dementsprechend können wir das hier auch testen. Dann Motor, Leistung und Tanken bzw. Verbrauch, dann der Castech-Auspuff und am Ende dann noch so eine kleine Liste an Side-Notes und die Punktebewertung, weil die Punktebewertung haben wir auch schon eingeführt bei der Multistrada. Deshalb, ich kann schon mal antisern, es wird auf jeden Fall auch ein finales Review-Video der KTM geben, weil muss es doch, hab noch keins. Viele meiner Review-Videos waren ja eher so, was ist passiert seit dem letzten Review und was gibt es für neue Sachen und man hat quasi auch vorausgesetzt, was beim letzten Review schon erzählt wurde. Aber ja, wenn man einfach so querfeldein auf dieses Video vielleicht stoßt, dann weiß man das ja nicht und dementsprechend, wenn man einfach ein so ein Video sieht, weiß man nicht alles. Aber jetzt haben wir Glück. Also nach Sardinien, drei Wochen, mein Moped hat 7200 Kilometer drauf, 8000er Service ist schon gemacht. Erster Punkt, das Display. Also ich finde echt grandios. Also es gibt zwei Display-Modi, du kannst irgendwie viel mehr anzeigen, auch Batterie, Spannung und andere Details. Das kannst du auch frei quasi so in der Dashboard-Übersicht konfigurieren, aber ich liebe wirklich einfach diesen einfachen Modi. Ich habe das damals auch schon bei der ersten Probefahrt festgestellt. Wenn du das zum Beispiel mit der Africa Twin vergleichst, ist es einfach 1001. Bei der Africa Twin habe ich einfach nichts verstanden bei der Probefahrt. Was sehe ich da überhaupt? Bei der Harley damals habe ich mir einfach gedacht, mega geil, da ist der Tacho, da ist der Tankfüllstand, da ist die Uhr, da siehst du, welchen Gang du hast und da kannst du noch durchschalten. Einfach zwischen Reichweite, Außentemperatur, Trip A, Trip B. Wirklich, wirklich toll und ich liebe es weiterhin. Ein zusätzlicher Faktor auch, man wird tatsächlich nie vom Licht geblendet. Bei der Ducati war es auch nicht so schlimm. Manchmal, ich glaube, das kommt durch quasi so eine matte, obere Schicht. Manchmal hast du auch so einen hellen Fleck gesehen. Bei der Harley, aber man sieht es ja auch wirklich ganz anders, habe ich wirklich noch nie irgendeine Art von Blendung gehabt durchs Display. Und das ist halt wirklich einfach perfekt. Bei der KTM hat es mir permanent einfach immer wieder mal richtig ins Hirn geblendet und du hast dann quasi so einen Winkel einstellen können. Dann hat es dir quasi jetzt vorbei gestrahlt, aber beim nächsten Mal in dem Winkel wieder reingeblendet, musstest du wieder ändern. Allgemein, du hast beim Display auch einen Tag-und-Nacht-Modus, also einfach heller oder dunkler Hintergrund, soweit perfekt. Der Dunkel gefällt mir sehr gut, den habe ich jetzt mal drin. Wenn das Hände gekoppelt ist oder das Headset auch, siehst du halt einfach Akkuzustand, Netzempfang und alles Mögliche. Wirklich, wirklich stressfrei und auch an der Stelle, wie es schon erwähnt, Compaq-Konnektivität noch, aber das Koppeln und alles hat perfekt geklappt. Habe ich noch bei keinem Fahrzeug so toll erlebt, außer bei meinem Autobaujahr 2015. Dann der Lenker und die Knöpfe, die sich darauf befinden. Im Vergleich zu anderen Motorrädern, die ich so gefahren bin bisher, hat das Ding viel mehr Knöpfe. Und zwar links hast du quasi einfach so eine Art Joystick, sag ich mal, du kannst in alle Richtungen navigieren, in der Mitte bestätigen oder auch wieder rausgehen mit einem Knopf auf der Seite. Du kannst damit eigentlich alles perfekt bedienen, wenn das Motorrad steht. Kurz an der Stelle, der Joystick ist kein Joystick, du hast einfach Buttons nach oben, unten links, rechts, in der Mitte, habe jetzt nur ich so genannt. Auf der rechten Seite hast du quasi das selbe Bedienelement nochmal und kannst damit einfach Musik steuern. Einfach drückst Play, lauter, leiser, letztes Lied, nächstes Lied. Das ist wirklich geil, hatte ich noch nie, aber für ein Cruise Element, auch die Animation, also du drückst auf Play und dann siehst du auf dem Display so ein großes Play-Icon oder nächstes Lied. Lauter, leiser siehst du da auch dargestellt. Soweit wirklich alles perfekt und hat alles geklappt. Es gibt wirklich auch einen separaten Knopf, um die Traktionskontrolle auszuschalten, wenn du wirklich spontan super hart unterwegs sein willst. Und es gibt einen Knopf und ich finde den wirklich mega geil, dass man auf die Idee kommt, finde ich auch echt smart. Einen Knopf für den Sprachassistenten. Und kein Witz, ich habe nichts konfigurieren müssen, welcher ist mein Standardsprachassistent, was noch. Ich habe da einfach das Handy gekoppelt und habe zum Spaß diesen Knopf gedrückt, gefragt, wie ist das Wetter. Und während dem Motorradfahren hat er mir einfach die Wettervorhersage vorgelesen. Das ist wirklich geil. Ich finde das ein cooles Feature und es hat perfekt funktioniert. Traumhaft. Du hast auch eine Mode-Taste, wo du halt direkt den Mode wechseln kannst. Und ich kann an der Stelle auch schon teasern, auch im Vergleich zu KTM. Es ist besser, weil beim Mode-Wechsel musst du nicht vom Gas runtergehen. Du kannst einfach auch, der Tempomat kann auch einfach aktiv sein. Du kannst einfach Mode drücken und er wechselt dir den Modus durch, ohne Stress. Und dann kannst du zusätzlich noch Custom-Modes setzen, aber das kommt später. In der Sektion Fahrmodi und Straßenlage. Du hast eine Mode-Taste, ist wirklich auch geil. KTM hat keine Mode-Taste. Und du kannst einfach während dem Fahren halt über diese Taste den Mode durchschalten. Weil du musst auch nicht mehrfache Klicks machen. Du drückst einmal, nächster Modus, nochmal, nächster Modus. Und das ist halt echt komplett stressfrei. Ich liebe es wirklich sehr. Ich habe es bei KTM sehr vermisst, weil die Ducati hat das auch gehabt. Und das beste Feature bei Harley, auch wie bei Ducati, aber nicht wie bei KTM. Ich habe das letztens wirklich in einem anderen Review-Video von KTM gesehen. Da hat das, glaube ich, der Tester nicht gecheckt. Bei KTM musst du quasi Gasannahme und Fahrwerk immer separat steuern, was super stressig ist. Weil wenn du schnell den Mode wechseln willst auf Sport, hat der quasi die Gasannahme auf Sport gestellt. Aber das Fahrwerk ist noch immer soft. Dann musst du quasi in die Fahrwerkseinstellungen gehen und musst dort dann auch nochmal auf Sport stellen. Anstrengend. Danke vielmals Harley-Davidson. Ihr habt das perfekt gelöst, wie das auch für mich sein soll. Auf jeden Fall. Ein Modus ist ein Modus, wenn ich cruisen will, cruise ich. Und wenn ich heizen will, heize ich. Und wenn ich auf Sport stelle, passt die Gasannahme und es passt auch das Fahrwerk. Und das gehört zusammen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Tempomat funktioniert auch perfekt. Du kannst ihn einfach setzen. Plus, minus. Du kannst ein bisschen zurechnen, ein bisschen weniger. Was ganz lustig ist, einmal dazu sind nicht 1 kmh, sondern 1,6 kmh, weil es quasi eine Meile ist. Das ist ganz lustig, wenn du zweimal nach oben tippst, bist du 3 kmh schneller. Also, die Bedienungsanleitung lesen hilft in jedem Fall immer. Für mich allgemein so ein Punkt, ich verstehe gar nicht, wieso man überhaupt ein Tempomat ein- und ausschalten muss heutzutage. Also, das Setting wird auch nicht gespeichert, wenn du das Motorrad aus- und wieder einschaltest. Das heißt, du musst jedes Mal beim Fahren den Tempomat wieder einschalten. Und ich würde sagen, ich benutze bei jeder Fahrt den Tempomat, weil es ist einfach geil. Egal, ob ich 50 durch den Ort fahre, 80 auf der Landstraße oder mal 110. Dementsprechend wäre für mich die Grundvoraussetzung der Tempomat immer an, weil, ob er gesetzt ist oder nicht, dafür habe ich ja eh noch zwei andere Tasten. Wenn ich ihn nie setze, ist er eh nie an. Aber ich möchte auf jeden Fall immer direkt eine Geschwindigkeit setzen können. Du kannst dir einfach auch zwei Buttons sparen, an- und ausschalten. Wieso? Wieso? Genau, wenn ich bremse oder wenn ich schalte, ist er sowieso aus. Also, wieso? Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Es gibt auch einen ganz normalen Knopf für die Griffheizung, wo du einfach hier so durchschalten kannst. Funktioniert auch perfekt. Ich finde auch absolut warm genug. In der Schweiz bei 3 Grad am San Bernardino, wie wir nach Sardinien gefahren sind, war es ein bisschen frisch. Aber ich würde sagen, es war einfach 3 Grad und gefüllte, ich habe nachgeschaut, 2000 Höhenmeter geschuldet, dass es einfach trotzdem noch kalt war. Da kann man nichts sagen. Und rechts vorne beim Motorrad gibt es hier wirklich direkt den USB-C-Anschluss. Kein Witz, man kann hier auch selbst einfach Software-Updates durchführen. Ich finde, das ist echt abgefahren. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will einfach nur fahren. Aber, toll. Ich habe es auch wirklich gesehen, die Smartphone-App zeigt dir auch wirklich an, hey, da ist ein Update verfügbar. Dann kommst du auf eine Website, du brauchst quasi einen direkten USB-C, USB-Stick, spielst dort die Update-Datei rauf, steckst es rein. Go! Sind viele Autohersteller nicht in der Lage, sowas zu tun? Und für mich ist das der einzige Motorradhersteller, von dem ich jemals gehört habe, der das macht, der das auch anbietet. Wirklich Respekt dafür. Wirklich tolle technologische Leistung, toller technologischer Fortschritt und sehr benutzerfreundlich auch. Brauchst du dann in die Werkstatt fahren, spielst das Ding zu Hause auf, ist erledigt. Wirklich toll. Ansonsten, Stromversorgung über den USB-C-Anschluss, soweit perfekt. Du kannst einfach ganz normal laden. Auch wenn du ganz normal Google Maps oder TomTom Go verwendest, ist bei angeschaltetem Display genug Strom auf der Büchse, dass das Handy nicht entlädt. Falls das Kalimoto Review Video schon draußen ist, dann wisst ihr, ja, für Kalimoto klappt es nicht. Egal was du machst mit Kalimoto, es frisst einfach mehr Strom, als du da reinstecken kannst. Außer du lädst direkt von einem Ultra Quick Charger mit USB-C auf USB-C. So, die nächste Funktion im Review wäre die Konnektivität, die App und allgemein die Funktionen als auch die Karte. Ich glaube, was gar nicht alle wissen und ehrlich, beim Kauf habe ich es auch nur gehört gehabt, aber nach meinen Ducati Connect-Erfahrungen über eineinhalb Jahre, die sehr schmerzhaft waren an dieser Stelle erwähnt, war es mir auch eigentlich wirklich egal. Aber bei Harley-Davidson funktioniert das einfach perfekt. Also du hast eine Smartphone-App, die koppelst du einfach mit dem Moped. Klappt schon mal perfekt. Sowohl in der App, sie reagiert schnell, sie hat einen coolen Ladescreen, es sind so quasi zwei Zylinder, die so auf- und abarbeiten. Es macht einfach Freude, sie zu benutzen. Du richtest dein Bike ein, du gibst die Seriennummer ein, das Backend, also der Server, der Web-Server scheint schnell zu funktionieren, schnelle Response ist alles cool. Dann läuft es einfach, dann gehst du auf die Kartenansicht, sagst, dort will ich hin, dann siehst du deine Route. Du kannst auch Alternativ-Route wählen, sagst einfach starten, alles cool. Du gehst zum Moped, das connectet sich automatisch per Bluetooth, hat zu 100% funktioniert und du siehst da die Karte. Da startet die Navigation, du siehst ganz normale Wegpfeile, du hast quasi Abbiegen, du hast Kreisverkehre dargestellt, dritte Ausfahrt, du hast Sprachansagen, du hast alles, was du brauchst. Es ist einfach perfekt und es hat wirklich einfach perfekt funktioniert. Du hast auch nicht wie bei Ducati Connect die Bedingung, dass das Display am Handy an sein muss. Du hast keinen WLAN, irgendwie Datentransfer, wie dein Sitchik macht ja so eine Art Mirroring über WiFi bei Ducati Connect, bei Harley nichts. Das Display ist aus, das Handy braucht nahezu keinen Strom, ich würde sagen gleich viel wie im Standby. Dann ist es einfach irgendwo in deiner Hosentasche, die Navigation funktioniert einfach. Was ich wirklich auch festgestellt habe bei der Harley, ich hatte das auf jeden Fall auch bei der Ducati Multistrada V4S. Also wenn mein Handy zum Beispiel nicht jetzt vorne gemountet war, sondern ich es einfach in der Motorradjackentasche hatte, dann hatte ich tatsächlich Bluetooth so Interruption Probleme manchmal. Habe ich tatsächlich bei der Harley auch nie gehabt, also das hat perfekt geklappt. Also vom Handy aufs Moped und vom Moped dann aufs Headset hat wirklich immer perfekt geklappt. War richtig toll, waren tolle Eindrücke auf diesen 7200 Kilometern. Die App ist auch einfach super schlicht und übersichtlich. Am Anfang habe ich mich auch richtig gefreut, man sieht in der App tatsächlich den Tankfill-Stand und dementsprechend auch die Reichweite, da steht das so dabei. Am Ende hat sich das nicht mehr synchronisiert und dann war irgendwie der letzte Sync von vor drei Tagen. Ich habe keine Ahnung woran es liegt, vielleicht ist das tatsächlich auch ein kleiner Bug in der App. Es war mir aber einfach auch egal, weil ja, nice to have, aber auf keinen Fall überlebenswichtig. Und wie gesagt, die Navigation hat immer geklappt, hat mich gar nicht gestresst. Es ist sehr angenehm, wenn man mit Fehlern konfrontiert ist, die einen gar nicht stressen, seit ich euch trauenhaft. Dann Fahrwerk, Fahrmodi und Straßenlage. Gönnt euch diesen Eindruck. Ich sage euch was. Das Bike ist brachial, grandios, super komfortabel. Die Settings sind alle mega geil. Das elektronische Fahrwerk ist nonplusultra. Es fehlt einem nichts. Die automatische Fahrwerkabsenkung willst du nicht mehr missen, weil egal, ob du gerade in so einer beschissenen Senke bist, irgendwie über eine Kuppe rauf fährst oder eben irgendwie das Moped abstellst. Du bist einfach in der Nähe des Bodens, die sehr komfortabel ist. Und ja, wenn jetzt jemand sagt, bei Offroad ist es aber ungünstig. Hey, du kannst einfach den Custom Offroad Modus machen, deaktivierst das Ding und hast überhaupt kein Problem. Perfekt. Also wirklich perfekt. Also zurück zum Thema Sitzposition am Moped ist für mich perfekt. Ich bin 1,78 groß. Aufgrund der automatischen Fahrwerksabsenkung bin ich echt in der hohen Sitzposition. Das heißt, mein Kniewinkel ist super komfortabel, auch auf Langstrecke eben gar keinen Stress. Aber ich komme trotzdem super gut am Boden. Deshalb, aber ich würde wirklich sagen, jemand in den Kommentaren habe ich es gelesen, jemand mit über 1,90, ich glaube 1,98 möchte sie auch mal Probe fahren. Falls du es schon gemacht hast, schreibe es unbedingt in die Kommentare, wie es dir so gegangen ist. Aber ich würde denken, zumindest 1,80 bis 1,90 ist absolut gar kein Problem. Die automatische Fahrwerksabsenkung habe ich auch echt mal deaktiviert. Und ich war echt überrascht, wie hoch dann das Moped ist. Also deshalb, es ist super spannend, welche Möglichkeiten das dann bietet. Fahrwerk allgemein nochmal hier kurz. Es ist absolut ein Traum. Die Rückmeldung ist ein Traum. Das Dämpfen ist ein Traum. Bei Bodenwellen, bei Huckel, bei Asphalt, Sprengungen, bei Spurrillen, bei harten Armbremsen, bei soften Abbremsen, das Einsenken vorne. Es ist auch ein Traum. Ich habe wirklich überlegt, bei dem Motorrad zum ersten Mal vermittelt es mir das Gefühl, ich glaube, ich brauche kein Anti-Dive. Ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, seit der S1000R, ich brauche ein Anti-Dive. Und deshalb, die Multistrada hat ein Anti-Dive, die KTM hat ein Anti-Dive, die Harley Davidson hat kein Anti-Dive. Aber, vermisse ich es? Nein. Und ich glaube, es ist auch vollkommen egal, weil im Sportmodus ist das Fahrwerk quasi schon gewissermaßen hart. Und auch beim Anbremsen oder so, ich meine, du reißt ja nicht in der Regel voll durch. Und auch wenn du hart bremst, schaust du dir trotzdem irgendwie, zuerst mal den Bodenkontakt herzustellen und dann hart zu bremsen. Das funktioniert perfekt. Also es schlägt nicht so rein, es fehlert nicht richtig durch. Also deshalb, ich weiß noch, bei der Africa Twin, der hat ja auch einen großen Federweg und eben kein elektronisches Fahrwerk, das Modell, das ich damals Probe gefahren bin, da war es auf keinen Fall so. Da bist du schon mehr gewippt. Und auch hier, wenn ich das Fahrwerk auf super weich stelle, dann wippt es auch. Aber wenn ich jetzt echt dynamisch sportlich fahre, dann habe ich eh Sportmodus an und das Fahrwerk auch auf härter. Und dann fehlt da wirklich absolut gar nichts. Und Stabilität allgemein auch, ich meine damit, wenn du in Schräglage irgendwas machst vom Fahrwerk, ist perfekt. Kein Schlingern, kein Schwingern, kein komisches Zeug, egal ob Zuladung oder keine Zuladung, das Ding ist perfekt zu fahren. In jeder Lebenslage, dynamisch, gemütlich, Cruisen, Ballern, alles drin, jederzeit. Und auch keine Veränderung, deshalb das Fahrwerk ist top, das Fahrwerk ist wirklich top. Bei der Multistrada, V4S, damals hatte ich immer, wenn ich alleine mit Koffer gefahren bin, das kann ich mir bis heute nicht ganz erklären, aber dann hatte ich echt so ein komisches Schwingern auf der Hinterachse und es hat sich nicht gut angefühlt. Ich weiß bis heute noch nicht, was es war. Aber ich habe natürlich auch anständiger mal angezogen, aber hast du hier nicht. Bei der KTM auch nicht. Bei der KTM war auch wirklich egal, ob Zuladung, keine Zuladung, volle Zuladung, leere Koffer. Das Ding ist immer präzise gefahren. Und so ist es auch bei der Harley, fährt absolut perfekt und präzise. Auch Traktionskontrolle und ABS sind einfach perfekt. Es gibt nichts auszusetzen. Du spürst im Beutemodus auf jeden Fall, dass er Schlupf zulässt. Du spürst auch, dass es ein bisschen schmiert, wenn du hart am Gas handdrehst. Du hast dieses Feedback, das ist alles perfekt. Der Reifen, kommen wir auch noch dazu, aber ist wirklich, ich würde sagen, die beste Erstausstattung, die ich jemals hatte. Ist quasi ein Michelin-Reifen, perfekter Grip unter allen Lebenslagen. Wenn du da mal einfach auch mal gebremst hast zu testen, wie reagiert denn das ABS als Smooth. Oder wenn du halt einfach mal durchgezogen hast und du gespürst, die Leistung bleibt ein bisschen weg. Hat halt an der Stelle gerade der Bodengrip-Kontakt, irgendwas ihm nicht ganz gepasst. In Sardinien höchstwahrscheinlich auch eine Art von bisschen Rollsplit oder Zeug hat er da runter geregelt. Also wirklich, wirklich toll. Ein mega Feature auch, du kannst dir selber alle Modis aktivieren und deaktivieren. Das heißt, willst du keinen Sportmodus, kannst ihn einfach deaktivieren. Willst du keinen Regen-Modus, kannst ihn einfach deaktivieren. Willst du keinen Custom-Modus, bleibt er einfach deaktiviert. Und dann hast du auch quasi nichts zum Durchschalten. Also so wie ich, ich bin jemand, ich benutze nie den Regen-Modus. Ich habe ihn einfach deaktiviert. Hast einfach so einen Checkbox, deaktivierst ihn, ist er einfach weg. Beim Durchschalten dementsprechend super, super gemütlich. Ich sehe schon, das wird ein längeres Video. Dann gibt es auch noch die Custom-Modi. Also es gibt zwei Custom-Modi und einen dritten Custom-Offroad-Modi. Die sind wirklich toll. Du kannst den vorhandenen Modus kopieren, den kannst du dann anpassen. Du kannst ABS einstellen von Road auf Sport auf Aus. Du kannst Drosselklappenstellung, du kannst Gasannahme, du kannst Fahrwerk. Mehr als genug selber einstellen. Und was ich quasi gemacht habe, ist einfach, ich habe einfach zweimal den Sportmodus kopiert. Ich habe den quasi zum gemütlichen Fahren mit der Freundin einmal mit weichem Fahrwerk. So wirklich, wenn so ganz eine unebene Piste ist, dass du da einfach so drüber cruisest. Oder einfach ein ausgeglichenes Fahrwerk. Das ist quasi wie beim normalen Road-Modus. Es ist nicht super bretthart wie im Sportmodus, aber es gibt ein bisschen mehr Feedback. Und super gut zum mitteldynamischen Fahren, würde ich sagen. Aber trotzdem mit sehr direkter Gasannahme. Auch den Offroad-Modus habe ich in Sardinen auch schon ausprobiert. Wirklich perfekt. Also ABS vorne, perfekt. Bringt dich gut zum Stand. ABS hinten ist wirklich das krasseste ABS, was ich jemals hinten hatte bisher. Im Sinne von, du schlenkest schon wirklich. Heck schlag vollkommen aus. Zwei, drei Mal nach links. Ich glaube, bevor es zu krass wird, regel dann wieder und lass dich einfach rollen. Aber quasi so ein blockierendes Hinterrad-ABS habe ich auch bei KTM nicht gehabt. Und hat auch Ducati nicht gehabt. Die waren da eher super soft. Bei Ducati habe ich, glaube ich, immer Sport-ABS sogar. Da hast du, glaube ich, Sport-ABS und danach ABS aus am Hinterrad einstellen können. Aber ja, meines Wissens, ABS am Hinterrad kannst du auch ausschalten. Ich habe es gar nicht gesucht in den Settings, aber irgendwo mal gelesen. Bremsen, soweit auch ein Traum. Der Bremspunkt ist perfekt. Das Bremsfeedback ist perfekt. Eben über das Fahrwerk. In dem Fall wahrscheinlich auch über die Reifen. Hey, KTM zum Beispiel hatte ich dieses Jahr wieder das Gefühl, dass im Stand der Bremshebel nach dem Losfahren irgendwie hat der Bremsdruck gefehlt. Ich habe keine Ahnung. Aber gibt es hier auch nie. Bremsdruck ist immer gleich. Es soll auch immer gleich sein, genauer Hebel. Keine Auswirkung. Dann Antiglatschkuppelung gibt es auch quasi, wenn du beim Runterschalten zu wenig Zwischengas gibst oder einfach irgendwie was vergisst. Klappt auch perfekt. Also Hinterrad hat nie komische Sachen gemacht. Auch bei sportlichem Fahren und schnell runterschalten. Auch über Schaltautomat. Traumhaft kann man super fahren. Genau bei der Ducati hatte ich das auch öfter, dass quasi einfach, wenn ich super sportlich gefahren bin, dass das Hinterrad dann blockiert hat beim Runterschalten. Ungeil. Sehr ungeil. Deshalb bin ich super froh, dass das einfach so wieder funktioniert. Dann noch Feedback zum Schaltautomat. Der Schaltautomat ist ganz spannend. Wenn du voll am Gashahn ziehst, und zwar wirklich voll, ich bin erst in der Hälfte des Urlaubs draufgekommen, dass mein voll wahrscheinlich erst so 80, 85% war und da war noch so ein Zentimeter, den du am Anschlag ziehen hast können und der macht es aus. Also wenn du am Anschlag den Hahn ziehst, funktioniert das Schalter nur zu 100%. Wenn du einfach so gemütlicher fährst, mittelmäßig oder 80% aufziehst, dann ist was Lustiges zu beobachten. Und zwar bis 4000 Umdrehungen. Das würde ich sagen, ist sehr gemütliches Fahren einfach. Funktioniert auch perfekt. Wirklich super soft. Du spürst keinen Ruck, kein Nichts. Ab 6000, natürlich ist das Ganze schon ein bisschen dynamischer unterwegs, ist auch alles perfekt. Er macht zwar schon einen Ruck, aber das ist voll in Ordnung für die Dynamik, die du dann sowieso im Fahren hast. Aber zwischen 4000 und 6000 kann es sein, dass dir dann den Gang wieder raushaut. Oder, also dann bist du wirklich kurz im Leerlauf und du siehst auch die RPM hochsteuern und dann spürst du schon irgendwas komisch und dann haut er entweder den nächsten rein oder den letzten. Oder du hast quasi auch eine Verzögerung. Es zieht sich wirklich, ich würde sagen, so 21. Und danach haut er den Gang rein, aber mit einem mäßigen Ruck. Keine Ahnung, wie oft hat er es gemacht? Ich würde sagen, auf 7300 Kilometer 20 Mal voll verkraftbar. Und, wie gesagt, man bekommt einfach das Gefühl vom Bike, hey, dort klappt es perfekt, dort klappt es perfekt. Und in der Mitte klappt es auch perfekt, wenn ich voll aufdrehe. Und wenn ich das nicht will, dann schalte ich einfach manuell und es geht alles perfekt. Also ich finde, das ist auch einfach etwas, mit dem ich leben kann. Nicht so wie, es ist sogar so besser, als es klappt zu 98% perfekt und ich habe gar kein Muster entdeckt und in den restlichen 2% denke ich aber, shit, das kann echt schief gehen. Ich finde, ein guter Schaltautomat. Keine Top-Komponente, ginge mehr. Aber man spürt, also ich habe keine Ahnung von Schaltautomattechnologie und verstehe nicht, wie das dahinter funktioniert. Aber, soweit ich weiß, gibt es verschiedene Technologien. Und man spürt hier was Mechanisches arbeiten. Die Erstbereifung, genau. Es ist ein Harley-Davidson-Scorcher-Adventure. Ich habe mal Wolf und Tour gesehen, der hier gesagt hat, das ist eine Art von Anarchy-Adventure. Und ja, bei mir auf Sardinen hat er 4500 Kilometer gehalten. Danach war er erstens beim Indikator. Zweitens war er auch einfach schon kippelig, weil er auf der Seite komplett abgefahren war. Auf der Hauptlauffläche noch ein bisschen Profil hatte. Und er hat dann einfach erstens zu kippen und dann auch zu spüren schon angefangen. Deshalb er war durch. Das war aber perfekt. Er hat perfekt abgeliefert. Er hat dieses Bike in allen Schräglagen optimal bewegt. Es war ein super tolles Fahren. Egal ob trocken, Nässe, Kälte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich persönlich habe jetzt wieder einen Michel-Reif. Ich habe jetzt einen Anarchy Road drauf. Übrigens ganz neu geholfen. Fährt wirklich perfekt. Macht richtig Bock und richtig Laune. Wahnsinns präziser. Bin sehr gespannt auf die Laufleistung. Falls euch das interessiert, auf jeden Fall Like und Abo. hier lassen. Ich würde wirklich sagen, für mich beste Erstbereifung, die es gibt. Und ja, Revy Video dazu kommt. Auch noch auf diesem Kanal. Allgemein auch zur Sitzposition. Was ich festgestellt habe, du sitzt halt auf der Harley relativ tief im Verhältnis zur Ducati und zur KTM. Dort bist du eher so auf einem hohen Ross. Hier bist du eher ins Bike integriert. Das heißt, keine Ahnung. Ich finde es mega geil. Ich habe Freunde gehabt, die haben gesagt, du sitzt eher wie auf einem Cruiser. Ich kenne keinen Cruiser, aber ich kenne ein Naked Bike. Ja, du bist auf jeden Fall mehr integriert ins Bike als auf dem Bike. Sitzt sich mega geil. Super gemütlich. Wenn ihr das Bike noch nicht gefahren seid und euch dieses Review Video jetzt vielleicht inspiriert, hey, soll ich mal Probe fahren? Mike hat gesagt, es ist ein geiler Bock. Macht es auf jeden Fall. Wirklich, man vermisst was, wenn man es nicht gefahren hat. Und fragt auf jeden Fall, ob ihr entweder den Checkland-Hight oder den Kestlech-Auspuff, wir kommen noch dazu, montiert habt auf dem Bike. Ich habe schon auch Leute sagen gehört, der Sound ist so auch gut. Und ja, der Sound ist so auch vollkommen in Ordnung. Und im Vergleich mit allen anderen Bikes in der Kategorie ist der ganz normal. Aber mit so einem Zusatzauspuff ist das Ding ganz ein eigenes Level. Dann noch das Licht, auch hier erwähnt. Das Licht ist auch ein Laserlicht. Es ist wirklich perfekt. Und ich finde, es hat für die Klasse, bei der 1300er GS habe ich es in der Nacht noch nicht ausprobiert, aber es hat für die Klasse das beste Kurvenlicht. Und zwar ist es phänomenal. Diese Leiste da oben ist rein fürs Kurvenlicht. Und ich sage es euch, je nach Schräglage leuchtet etwas mehr oder noch etwas mehr. Ja, wir kennen es von KTM und ja, wir kennen es von der Multistrada. Aber ich sage euch, das ist besser. Das leuchtet genau dorthin, wo du reinfährst in die Kurve. Es ist mega. Es macht wirklich so viel Spaß, dass es auch ein bisschen ausgleicht, was nämlich weniger gut ist. Und zwar, weil, wie gesagt schon, du sitzt ja tiefer. Das ganze Bike ist tiefer. Das heißt, das Licht ist auch tiefer. Ja, und deshalb, wenn du da über eine Bodenwellenstraße fährst oder irgendwie so Bahnübergang, dann hast du da quasi einen Schatten, weil du ja quasi von dem tieferen Winkel hier leuchtest. Und das ergibt quasi einen Schatten, der, wenn du von oben nach unten leuchtest, vielleicht nicht da ist. Das war nur mein Eindruck. Das stört gar nicht. Das ist minimal. Und ja, ein Autolicht ist in der Regel noch tiefer als unser Motorradlicht hier bei der Harley. Aber genau, ist mir einfach so aufgefallen. Aber wie gesagt, das Licht ist perfekt, Fernlicht ist perfekt. Und Kurvenlicht ist wirklich grandios. Stabilität und Verarbeitung ist wirklich lustig. Ich finde zum Beispiel ganz grob, so dieses Plastik, das rund ums Display ist, kann man wahrscheinlich sagen, nicht so hochwertig aus. Es sieht einfach aus wie ein einfaches, okayes Plastik. Wenn man das vergleicht mit den Bedienelementen bei der Multistraller V4S, denkst du dir, krasses Display, krasses Plastik. Und auch bei der KTM, diese Display-Einheit war ja größer. Da denkst du dir auch, aber ja, also es stört mich wirklich nicht. Also ich finde, wichtig ist, dass das Display geil aus sieht. Das Display sieht geil aus. Das Plastik außenrum, das fällt dir mal auf, aber du nimmst es halt einfach als, okay, so ist das Bike. Ja, stört es mich? Nee, passt. Aber an der Stelle erwähnt, genau. Der Ständer ist eine relativ spezielle Sache. Kommt noch bei den Side Notes. Auf jeden Fall habe ich es abgestellt, bin auf die Seite abgestiegen, wo der Ständer ist. Das war auch noch ein bisschen hangabwärts. Und wahrscheinlich wäre das Moped dort gestanden, aber dadurch, dass ich noch in die Richtung abgestiegen bin, ist es einfach umgefallen. Einmal auf den vorderen linken Stürzbügel und auf den linken hinteren Koffer. Es ist sonst gar nichts passiert. Kein Kratzer, kein nichts. Ich habe das Bike direkt wieder aufgehoben. Aus dem Rail-Erfahrung dankt. Zum Glück ging auch echt easy, obwohl es hangabwärts war. Ich dachte mir wirklich, hangabwärts, das wird vielleicht tough, aber genau, hat super geklappt. Deshalb würde ich sagen, das passt schon. Wenn es am Auspuff landet, wäre das extra traurig, weil es sind 2.500 Euro für den Kestech-Auspuff. Aber es hätte wahrscheinlich auch nur einen Kratzer am Auspuff. Würde bestimmt sonst auch halten. Das heißt, es liegt ganz gut. Nächster Punkt ist Motor, Motorleistung und allgemein der Spritverbrauch. Ich würde sagen, du hast einen Spritverbrauch von 4,5 bis 7 Liter. Für den Durchschnittsfahrer im Durchschnittsszenario irgendwo 4,5, 5,5 Liter, was für mich ganz normal ist. Wenn ich auf Sardinien komplett geheizt bin, hatte ich wahrscheinlich so 7 Liter Verbrauch. Der Tank ist ca. 21 Liter. Das heißt, ich bin trotzdem noch so 300 Kilometer gekommen. Wahrscheinlich eher 350. Aber ja, wie wir durch die Schweiz gefahren sind am Rückweg und ganz gemütlich, hat er echt nach dem Volltanken 450 Kilometer Reichweite angezeigt. Also, wenn du wirklich lange Touren fährst und einmal pro Tag tanken musst, das ist doch gar kein Problem. Die Leistung ist mehr als ausreichend. Also, was mich wirklich selbst überrascht hat, wie krass performant dieses Bike abliefert. Also, du kannst wirklich an Superbikes dranbleiben, weil die Limitierung ist ja dann nicht mehr der Motor. Die Limitierung ist einerseits der Fahrer, andererseits die Straße, andererseits der Reifen maximal noch. Aber ja, das Bike ist grandios. Das Bike ist wirklich einfach grandios. Da gibt es nichts auszusetzen. Also, deshalb diese 150 PS und dann noch mit dem Sound vom Castage. Ich glaube, das macht auch was mit deinem Kopf. Du denkst dir einfach, du hast alle Leistung, die du brauchst. Also, wirklich auch im Vergleich zu KTM oder zur Multistrada, mir fehlt kein einziges PS an Leistung, wenn ich alleine fahre. Wenn ich mit der Freundin fahre, spürst du, ich spüre, dass 20 PS an Leistung fehlen. Besonders, wenn du überholst oder so oder es auch bergauf geht, musst du halt einfach mit der Drehzahl arbeiten. Du spürst wirklich beim Moped auch, ich glaube, maximale Leistung ist irgendwie so über 8.000, 8.600 vielleicht. Also, zwischen 8 und 9. und nach 9 bist du auch schon im Roten. Ich glaube, 10 ist noch angeschrieben, aber ich habe noch nicht in die Richtung gedreht. Will ich auch gar nicht. Du spürst so ab 7, dass er richtig anfängt zu ziehen und bei 8 bis 9, weißt du, das ist das Maximum und danach schallest du und es ist perfekt. Also, auch mit der Freundin, dieses mehr als ausreichend, aber ja, eine Multistrada V4 hat 20 PS mehr und das spürst du deutlich und das ist, wer wumms, wenn du dann zu zweit voll bepackt irgendwo auf einer Bergstraße noch auf diesen 150 Meter gerade noch schnell ein LKW überholen willst, ist es nützlich, 170 PS zu haben. Auf jeden Fall. Ach ja, für mich das geilste überhaupt seit Jahren wirklich. Bevor ich Adventure Bikes gefahren bin, nie Probleme beim Tanken. Aber bei dem Bike kannst du auch einfach wieder den, du hängst den Zapfhahn einfach rein, du machst auf und es läuft rein und es hört auf, wenn es voll ist und das war's. Ich weiß auch, bei der KTM, ich habe so gefrustet die ganze Zeit. Du musst ja immer rein, auswählen, schauen, welchen Winkel, wie halten, die ganze Zeit permanent selber noch halten, halten, drücken. Ich hatte schon immer irgendwie so eine Position, wo echt der ganze Oberkörper angespannt ist, wo du dann da rein, damit das so auf 50% Leistung irgendwie reinringt, bei der Ducati erinnere ich mich, war es auch nicht super geil, aber auf keinen Fall so schlimm wie bei der KTM. Und ja, hier kannst du einfach reinhängen und es rinnt rein und es ist einfach, stresst mich gar nicht. Also es ist einfach perfekt. Genauso soll es sein. Ich verstehe gar nicht, wieso man nicht darauf achtet, wenn man das konzipiert, aber ja. Adventure Bike, tiefer Schwerpunkt, alles sind Faktoren. Dann sagt man wohl, hey, der Typ fährt zwar nie, Adventure Rest tankt zweimal am Tag, aber das machen wir ihm richtig schwer. Spaß. Wir verstehen uns. Was ich wirklich auch noch festgestellt habe beim Motor, also wenn du wirklich voll auf Anschlag drehst, was hier wirklich eine sehr krass große Umdrehung ist, also es ist mehr, als das Handgelenk eigentlich hergibt, dann hast du hier einen anderen Motor noch. Also ob du 80% oder echte 100% am Hahn ziehst, das macht irgendwas mit diesem Motor. und der verhält sich komplett anders. Also das wird echt ein richtig abartiges Biest und wenn du da alleine durch die Kurven jagst, ist das wirklich, wirklich böse und macht richtig, richtig Laune. Hinweise an der Stelle, das Tankschloss als auch die Lenkrad-Sperre, die sind einfach mit einem Schlüssel. Stört mich aber auch gar nicht, weil bei der KTM war ja oft, geht's auf, geht's nicht auf. Bei Ducati war es tatsächlich auch mit Schlüssel, weil mir der Händler gesagt hat, hey, wir haben schon Leute gehabt, die sind im Ausland liegen geblieben, weil die nicht mehr tanken konnten, weil das ein Defekt hat, nicht mehr aufgegangen ist. Ich empfehle dir einen Schlüssel. Also ja, hier ist auch ein Schlüssel, es stresst mich gar nicht, steckst ihn rein, es geht auf, es geht perfekt, du machst es wieder zu, passt. Selbe eben auch bei der Lenkrad-Sperre. Das war es jetzt mit Motor, Leistung und Spritverbrauch. Nächster Punkt, der Auspuff und zwar der Kerstech-Auspuff. Gehört auch ein bisschen da noch dazu. Was ist das? Also es ist ein elektronischer Klappenauspuff hier aus Deutschland von einer bayerischen Firma. Nennt sich die Auspuffmanufaktur. Wirklich tolles Produkt, ist immer legal. Du hast einen Knopf, du kannst noch einstellen zwischen Klappe geschlossen, halb offen oder offen, aber trotzdem ist er immer legal, weil er ist quasi an die Motorelektronik gekoppelt und je nachdem, welche Geschwindigkeit du fährst, ist er laut oder leise. Heißt, fährst du im Ortsgebiet, fährst du 50, fährst du 80, ist das einfach leise, die Klappe ist zu und es ist gemütlich, du störst niemanden, so soll es auch sein. Ziehst du aber wirklich am Hahn, bist außerorts und hast einfach Bock irgendwo, dann hast du einfach einen mega geilen Sound und du hast auch einfach dieses bisschen Bollern so, wenn du vom Gas gehst, wäre er da. Also. Ich habe zwar gelesen, es braucht kein anderes Motor Mapping und es macht nichts anderes, also scheint das wohl auch Harley schon zu machen, aber ich finde das so geil, ich habe es so geliebt bei der S1000, die hat ja das auch gehabt und auch wenn du das Moped abstellst und sehr dynamisch gefahren bist, dann spürst du so, mir hat mal jemand gesagt, das ist das Öl, das irgendwo runter tropft und dann so verbrennt, das hört sich so an wie so ein Kaminofen, der so knistert, also stehst du dann da, besonders wenn es kalt ist, irgendwie auf dem Alpenpass oder so im Herbst oder im Frühjahr, ist das einfach so geil und es knistert so. Genau, auf jeden Fall beim Fahren, mega dynamisch ist es jetzt, ich habe mich voll verlebt in das Ding und ich würde sagen, der Auspuff macht aus der Harley ein einfach nochmal 100% geileres Bike. Das heißt, du hast schon ein mega geiles Bike und dann upgradest du es nochmal um 100%, stellt euch das vor. Mit quasi diesem Modus an, was du auch wirklich hörst, was ich einfach vermisse bei neuen Motorrädern und was mich auch bei der 1300er GS sehr geschädert hat, ich finde die 1250er hat einen wunderschönen Klang, quasi auch dieses Volumen und die 13er hat das quasi nicht mehr, die hört sich an für mich wie Mono und Stereo, ich sage immer so, Mono dazu und ja, die Ducati hat mir vom Klang auch gar nicht gefallen, viele haben immer wieder gesagt, einfach eine Nähmaschine. Besonders in Bosnien so erste Zeit der Gänge, das war halt übel und ich habe immer gesagt, so ab 8000 ist dann der Klang gekommen und ja, die KTM hat wirklich schon auch einen guten Klang, aber kein Witz, in Sardinien irgendwo so eine 1290er gestartet und ich habe gesagt, Schatz, das ist eine 1290er. Mann, ist das ein erbärmlicher Sound. Es tut mir, es tut mir wirklich sehr leid. Ich liebe auch die 1290er, sage ich genauso, meine ich auch von Herzen und ich liebe auch den Sound, der hat mir auch wirklich Spaß gemacht und daran zu drehen und großglocken und die auf dem Bass und dem ist ja auch mega. Es ist ein tolles Fahrgefühl und es ist ein toller Sound, aber der Sound ist besser. Der Sound ist einfach um Welten besser und es macht so viel Laune. Deshalb gönnt ich das. Ihr werdet das sehen noch in den Videos von Sardinien. Ich finde unschlagbar, wirklich unschlagbar. Okay, und jetzt kommt das Kleingedruckte, weil ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber da waren eigentlich noch positive Punkte bis jetzt. Und weil es ein paar kleine Punkte noch gibt, die man als vielleicht nicht ganz positiv interpretieren könnte, kommen die als Side Notes, damit die nicht das Gesamtbild so ein bisschen zerstören. Also, Side Note 1 eh schon. Das sind wirklich kleine Punkte, aber nochmal erwähnt. Tankschloss und Lenkradsperre sind per Schlüssel zu tätigen. Bei der Lenkradsperre, es stört mich eigentlich wirklich auch nicht. Also komfortabel wäre es schon. Also ich schlage immer ein. Bei KTM musstest du lang auf diesen Race On Taster bleiben und dann Sperre zu. Aber manchmal hat irgendwas nicht gepasst. Dann war die Elektronik, musste sie wieder Zündung an, wieder nochmal und dann hat es geklappt, weil vielleicht der Lenkeinschlag noch nicht 100% war oder zu viel. Dann der Schaltautomat. Ich weiß nicht, auf diesen 7200 Kilometern hat er circa drei bis fünf Mal beim Runterschalten noch so einen Beschleunigungsschub gegeben. Also es ist wie, wenn du dich am Gashand festhaltest und dann ziehst du nochmal kurz. Das heißt, du fährst dynamisch. Da hat es mich eigentlich gar nicht geschaut. Also ich bin komplett runter vom Gas. Du rollst zur Kurve, sagen wir mal, du rollst zur Kehre und du bist komplett runter vom Gas. Du bremst schon leicht an, steigst quasi drauf zum Runterschalten und dann machst du noch einen Beschleunigungsdruck. Ist sehr ungut, aber einmal ist er auch mit der Freundin basiert, was gar keinen Sinn ergeben hat, aber eben im Sportmodus trotzdem gefahren, aber einfach zu einem Kreisverkehr zu wie gerollt mit 30 bis 50 kmh. Runtergeschaltet, das hat auch nochmal beschleunigt. Die Freundin hat sich sehr geschreckt. Ich habe gesagt, alles cool, war auch an der Stelle jetzt nicht kritisch, aber trotzdem ungut. Aber wie gesagt, drei bis fünf Mal auf 7200 km. Ich habe es jetzt auch beim Service erwähnt. Sie haben gemeint, sie versuchen, was bei der Drosselkappe einzustellen. Sie haben es so noch nicht gekannt. Aber ja, ich würde wirklich auch sagen, vernachlässigbar. Ihr kennt es mich ja, es fällt auf und also erwähne ich das hier für euch. Dann die Windschildeinstellung. Man hat auf der linken so einen Hebelmechanismus und man drückt quasi das Windschild gegen den Wind, der von vorne aufs Windschild prallt. Heißt, ich würde sagen, bei Geschwindigkeiten bis 100 kmh gar kein Problem. Fährst du jetzt aber 130 oder 160, könnt ihr euch schon vorstellen, ist das ein extremer Kraftaufwand. Ist natürlich noch schaffbar, aber trotzdem braucht man echt viel Kraft, um das Ding hochzustemmen. Ich habe gehört, bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, für 23er oder 24er Modelle. Ich habe jetzt ein 2022er Modell. Gibt es da irgendwie noch eine Feder oder es gibt auch ein Kit irgendwie 60 bis 80 Euro, dass du da eine Feder hast, die das dann unterstützen, dann geht es einfacher. Ich würde mal sagen, kann man sich kaufen, brauche ich es auch nicht. Für euch zu erwähnen, ich finde bei Ducati habe ich schon vergessen, es war so ein ähnlicher Mechanismus, aber es war mehr zum Schieben, es hat quasi nicht gegen die Windkraft gearbeitet. Bei KTM hat es ja das Rädchen gegeben, dass du so raufdrehst und runterdrehst, war komplett unabhängig von der Geschwindigkeit. Hättest du auch bei 220 easy einfach hochdrehen können und ja, einfach deshalb hier erwähnt. Es gibt einen super wichtigen Faktor, das ist der Game Changer und ich hoffe, ihr seid es noch an dieser Stelle hier. Und zwar, ich habe immer so einen Test bei jeder Probefahrt. Ich mache die Zündung an, ich starte das Motorrad, ich schaue, ob das geht, weil bei manchen Herstellern musst du ja den ganzen Startvorgang abwarten, bis du dann endlich den Startknopf drücken kannst und das macht mich fertig. Wenn ich aufs Moped steige, dann bin ich halt Handschuhe an, Helm auf, alles ready to go, ich schone quasi auch die Batterie, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Wenn ich die Zündung anmache, dann fahre ich halt los. Genau, musst du bei dem Motorrad ein wenig ändern und zwar, damit das Motorrad zu 100% perfekt startet, musst du einmal den ganzen Bootzyklus abwarten, ich würde sagen, 15 bis 20 Sekunden und danach startet das Motorrad perfekt. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, auf Sardinien das Moped ins Nirvana zu schießen, indem ich Zündung an, Startknopf und dann passiert etwas komisches in dem Moment, als wohl irgendwas zerschossen und es hat quasi einfach das Moped immer wieder neu gestartet, neu gestartet, neu gestartet. Es hat sich echt selbst repariert und deshalb, wie könnte man ein Motorrad böse sein, das sich selbst repariert, das ist doch grandios. Ich habe dann noch versucht, den Hügel runter zu rollen, falls ihr wisst, wie das mit dem Hügel runter rollen geht, ich will das noch können in meinem Leben. Mir hat man sogar schon mal gesagt, bei modernen Motorrädern geht das gar nicht mehr, aber theoretisch haben es die Leute von 1000 PS in Bosnien geschafft, bei der Harley bergab im dritten Gang, aber was muss ich denn tun? Theoretisch meines Verständnisses nach, was ich auch gemacht habe, ich rolle bergab im dritten Gang, ich lasse die Kupplung kommen, ich drücke den Starter, den muss ich trotzdem drücken richtig und danach lasse ich, dann ziehe ich die Kupplung schnell wieder an, dass ich diese eine Umdrehung in den Motor bringe. So habe ich mir das versucht beizubringen, aber es hat noch nie geklappt. Das sollte ich einfach mal probieren, wenn das Moped eigentlich mit Starter auch läuft, damit man das kann. Ich finde das, das ist cool, das muss man können. Was ist bei uns in Sardinien basiert? Ich habe es nochmal ausgeschaltet, ich dachte mir echt, es muss mal so komplett runterfahren, weil für mich hat es ausgeschaltet, als ob sich irgendwas eben ins die Wanne geschossen hat. Ich dachte quasi, ich mache es mal so Hotboot und Coldboot, also einfach so komplett runterfahren, warte mal einfach so 20 Minuten und starte dann an und habe dann den Starter gedrückt und dann war echt so beim zweiten, dritten Mal, hat es wirklich so, wisst ihr, so ein altes Moped oder so ein Traktor, das so dreht und dann puff, 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 dann schießt es einmal hinten raus und dann läuft es. Genau so war es dann, wir haben das leider nicht auf Video, ist dann auch wieder perfekt gelaufen, ist auch echt nur ein einziges Mal vorgekommen, ich habe das mit der Werkstatt besprochen und die haben gesagt, ja, du musst immer abwarten, dass es komplett hochfährt. Das heißt, ich würde sagen, Harley deaktiviert einfach den Startknopf, bis das Ding komplett hochgefahren ist, dann hat keiner da draußen ein Problem und er kann sein Moped nicht ins Nirvana schießen. Ich weiß es jetzt auch, angeblich hängt es mit der Batteriespannung zusammen, man kann auch eine Stärkebatterie, man kann auch die Batterie einfach upgraden, vielleicht hilft das auch an der Stelle, aber egal, für jetzt ist alles perfekt, ich halte euch am Laufenden. In der hohen Sitzposition rutscht tatsächlich die Sitzbank 5mm nach rechts und 5mm nach links, also sie ist nicht zu 100% fix und zuerst denkst du dir natürlich, ist sie nicht richtig eingerastet, habe ich irgendwas verbockt bei der Position, bei der Stellung, aber nein, du schaust dir das an und du siehst, hey, das ist perfekt. Ich werde es glaube ich auch noch mit Zuzugro fixen, ich klebe den einfach rein, warte, dass er hart wird und dann hast du quasi links und rechts so einen Polster, kannst du alles reingeben, Gummi oder sonst irgendwas Hartes oder mit Tape fixieren, aber ja, es stört auch nicht, es fällt dir quasi nur auf, wenn du das Moped manövrierst, ihr wisst schon, einfach so rechts runter irgendwie auspacken, dann spürst du halt einfach, hey, die Sitzbank hat ein Spiel, das ist ein bisschen komisch, aber ich habe es angesprochen, das ist wohl so. Wir haben wohl auch andere Hallis, man kann damit leben, eigentlich habe ich auch schon damit gelernt zu leben, es stört nicht, wirklich, es ist nur ungewohnt. Der Ständer, also das ist ganz lustig, im Internet sagen wirklich sehr viele, der Ständer ist scheiße, es gibt Probleme mit dem Ständer, der Ständer, den kannst du nicht ausklappen und die Standposition vom Moped ist ganz komisch und auch Irina hat wirklich ein sehr ungutes Gefühl, wenn das Moped irgendwo parkt, weil es ist sehr schräg, aber ihr kennt bestimmt alle, diese Scooter von diesen Kids, die dann einfach so schräg stehen und es steht auch. Also das Ding ist, ich finde, so schlimm ist es nicht. Du brauchst ein gewisses Grundvertrauen, dass das Moped steht und wenn es steht, steht es verlässlich. Das fühlst du auch, ob es steht oder nicht steht. Was wir haben, ist halt tatsächlich, wir haben diese Touratech Seitenkoffer drauf, einer auch von der KTM, 45 Liter Ding, das ist auf der Seite, wo der Ständer ist, wenn das natürlich ein bisschen schräger steht als normale Motorräder und dann auf der Seite auch noch das Gewicht ist von diesem 45 Liter Koffer bei Beladung und oben haben wir noch dieses Trax Case drauf, dann ist das halt echt etwas, das den Schwerpunkt beeinflusst. Genauso ist es auch bei uns passiert, in diese Richtung bin ich quasi abgestiegen. Ich würde denken, wenn du das anders aufteilen würdest, dass du rechts den 45 Liter Koffer hättest, auch wenn es von der Breite her dann keinen Sinn ergibt und links den kleineren, wäre das für dieses Motorrad besser, aber ja, du kriegst es hin. Du solltest ein bisschen überdenken, wie du parkst und du kannst vielleicht auch nicht überall parken, zumindest nicht überall in diese Richtung. Vielleicht musst du zuerst das Moped umdrehen, dass du so eher hangseitig stehst. Das Moped sinkt quasi nach dem Abstellen noch anständig ein. Das muss man quasi mit einkalkulieren. Dann gibt es noch zwei Faktoren, die spannend sind. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ständer zusammenhängt, aber die automatische Fahrwerksabsenkung. Das heißt, wenn du langsamer bist, dann ist das Fahrwerk ja schon unten. Das ist für jeden Ständer ungut, weil du brauchst ja den Radius, diese Bewegung, um den Ständer auszufahren. Natürlich bist du jetzt tiefer, also kannst du den Ständer schlechter ausfahren. Das heißt, du musst in der Regel das Motorrad in die andere Richtung kippen, was bei uns noch immer gut gegangen ist, wo ich mir am Anfang aber schon auch Sorgen gemacht habe, an der falschen Stelle, wenn du da irgendwie Schotter hast vielleicht und dann wegrutscht, fällst du halt nach rechts um. Ungünstig. Kann man deaktivieren als Feature. Ich habe mir aber echt angewöhnt, es nicht zu tun. Es gibt einen Trick. Du kannst damit arbeiten, ob du quasi die Zündung ein- und ausschaltest. Also wenn du die Zündung ausschaltest, fährt es wieder in die Ursprungsposition zurück. Also man kann da ein bisschen arbeiten, man lernt auch dazu, logischerweise. Bei uns ist es jetzt grob erst einen Monat vergangen, seit ich das Moped gekauft habe. Ich habe schon viel gelernt. Aber man muss es ein bisschen anders haben, als bei anderen Motorrädern. Wenn du losfährst, schaltest du ja die Zündung an, dann geht die Fahrwerksabsenkung an. Ist toll, dass du einen guten Stand hast, aber der Schwerpunkt verändert sich auch nochmal. Also das Moped steht jetzt schon relativ schräg am Ständer und dann schaltest du die Zündung an und dann bewegt sich alles, schreckt dich auf den ersten Moment. Und ähnlich auch beim Ausschalten. Es fährt zwar nicht so aktiv hoch, du spürst es nicht, aber manchmal hast du den Eindruck, es hat den Schwerpunkt im Nachhinein noch ein bisschen verändert. Potenziell ungünstig. Dann ein ganz spannender Punkt. Manchmal nach dem Kaltstart des Motorrads läuft der Motor irgendwie auf 2000 Umdrehungen. Und du hörst es, dass er einfach laut ist. Und du musst, dass er läuft, einfach wirklich viel Gas geben, also 3.000, 3.500. Die Gasannahme ist überhaupt nicht direkt. Die ist einfach plötzlich komplett verzögert. und du musst ganz anders fahren und das musst du lernen und das hat man mir gesagt, ist wohl der Revolution Max Motor. Den gibt es wohl in mehreren Halles und die verhalten sich da alle gleich. Es ist auch nicht schlimm, aber du musst es irgendwie wahrnehmen und spüren. Wenn du so ein bisschen Gas gibst und du spürst, hey, da kommt irgendwie nichts, musst du halt einfach Kupplung ziehen und mehr Gas geben, sonst wirkst du das Ding ab und es fällt dir potenziell um. Also ich habe das Ding auf den ersten 1.000 Kilometern locker fünfmal abgewürgt und ja, zum Glück war ich immer schnell genug, habe die Kupplung gezogen und deshalb kein Ruck, kein Stehenbleiben, kein Umfallen oder sonst was, aber potenziell sehr gefährlich, dass dir das Moped umfällt und dass irgendwas dabei schief geht, weil wir wissen ja alle, wenn ein Moped abgewürgt wird und du keine Kupplung siehst, stehst du halt sofort auf Null. Das macht meistens irgendwie einen komischen Faktor, Schrägheitsmoment, was auch immer, haut dich mal rein in die Federung und dann musst du das Moped halt halten. Sehr schwer. Und wenn der Sozius vielleicht auch noch eine schräge Lage hat, aber wie gesagt, bei uns ist es gut gegangen. Ich weiß es jetzt auch schon, dass es der Motto macht, aber kein Witz, in der Fähre beim Rausfahren habe ich das Ding halt angestartet und habe so gespürt, oh, 2.000, echt schon laut, alle haben mich schon angeschaut, 2.000 Umdrehungen, weil das hat ja so gebollert und gehallert in der Fähre drin. Genau, und dann bin ich auch noch gerade bei so einem Festzureisen drum am Boden mit dem Hinterrad gehängt, musste noch mehr geben, habe 3.000, 3.000, genau, der Kerl, der da gerade vorbeigegangen ist, der hat mich schon angeschaut, als ob ich gleich direkt in die Hecke durchstarte, also in die Wand der Fähre durchstarten will, aber ja, hat geklappt, aber kein Witz, auch da beim Losfahren habe ich dreimal das Moped abgewürgt, einfach, weil ich in dem Moment auch nicht damit gerechnet habe und irgendwie den Widerstand am Boden zuerst nicht gecheckt habe, dass das Hinterrad da hängt und mal losfahren, dann war einmal noch der Ständer unten, wie ich den Gang eingelegt habe, ist wieder ausgegangen, deshalb war eine etwas peinliche Situation, ich habe es ganz gut verkraftet, aber muss man wissen, der Motor beruhigt sich aber auch einfach wieder, lässt den irgendwie laufen, 30 Sekunden, eine Minute, sinkt die Drehzahl wieder runter, es ist eher wie bei so einem Sportfahrzeug auch quasi, wo einfach mal das bisschen höher durchstartet und dann sich einfach langsam absenkt, kein Problem, aber toll zu wissen und in ganz, ganz seltenen Fällen, ich habe es ja absolut gehasst, bei der Multistrada haben ja die Bremsen immer gequitscht, bei der Karten nie, muss ich ehrlich sagen, bei der Harley würde ich sagen, zu drei bis fünf Prozent, wenn man fährt, ganz langsam irgendwo Oran bremst, ganz selten, drei bis fünf Mal passiert auf den 7200 Kilometer, quitschen die Bremsen ganz leicht, also es ist da, es stört auch nicht wirklich, es ist kein Weltuntergang, es ist trotzdem schade, aber ja, auch hier erwähnt, puh, und dann gibt es noch einen finalen Faktor und ich bin wirklich ganz knapp vorbeigeschallert an einer richtig schönen Brandblase, weil, wie ich ja schon mal erwähnt habe, auch im Urlaub fahren wir auch gerne einfach mit kurzer Hose, kurzer Ärmel oder oben die Windjacke, haben den Rucksack drauf und gehen irgendwo wandern, fahren auch dann ganz gemütlich, aber ja, hier gibt es was ganz anderes und zwar auf der Seite des rechten Fußes hast du hier einfach direkt das Auspuffrohr, korrigiert mich hier, aber das ist doch, was auch immer das ist, aber es kommt die heiße Luft, die Verbrennungsabgase direkt aus dem Motor, ist das dann auch schon ein Auspuffrohr an der Stelle, aber auf jeden Fall, es gibt dieses Rohr raus, das hat sogar so eine Hitzeabdeckung wahrscheinlich, es stört beim Fahren eigentlich gar nicht mit der Hitze, mit der Hitze würde ich eher sagen, manchmal wird es links heißer, aber ich habe das extra im Stand schon analysiert, egal, in allen Bewegungen kommst du da eigentlich nicht an, auch wenn du mit angelehnten Oberschenkeln fährst, kein Problem, aber natürlich, irgendwie, die Freundin ist abgestiegen, es war irgendwie eine ungute Situation, ich bin mit einem Fuß kurz weggerutscht, hat so eine Gewichtsverlagerung angekommen, mit der Stelle ungefähr beim rechten Knie, so circa, also Ende des Wadels auf der rechten Seite und ja, kein Witz, es war nur eine ganz kleine Blase, ah, es war, wir haben das Moped gewaschen, der Untergrund war feucht und die Freundin steigt noch drauf, genau kurz weggerutscht und Gewichtsverlagerung und dann bin ich angestoßen, nur ganz leicht, wir hatten noch nichts zu kühlen, zu Hause habe ich einfach noch kaltes Bier draufgehalten, immer eins zum Trinken, eins zum draufhalten, hat perfekt geklappt, ist keine wirkliche Blase geworden, war dann kurz offen, innerhalb von drei Tagen war es wieder ganz weg, ich habe auch ganz normal fahren können, kein Pflaster gebraucht, kein Nix einfach, es war alles perfekt, aber es hat das Risiko, wenn da was schief geht, dass du dir echt eine große Brandblase holst, hatte ich so, glaube ich, ich persönlich bei noch keinem Motorrad, aber man kennt es ja von Harleys, vom Hördensagen, irgendwie so, Klischee auch, dass Leute in Thailand halt in Badehose auf so einer gemieteten Harley fahren und dann den Urlaub streichen können, weil sie einfach riesengroße Brandblasen haben, habe ich auch schon oft gesehen in meinem Leben, Schienen hilft sehr viel, sage ich euch. Resümee und somit die Punktebewertung. Ich finde Optik 10 von 10. Ich weiß, komplette Persönlichkeitssache, aber voran, ich finde, es hat echt so eine Robocop Optik, auch diese Auspuffrohre auf der rechten Seite, ich sage, das ist echt die Schokoladenseite. Einfach wie sich auch die verfärbt haben und diese geile Optik, ich muss noch schauen, ob man das irgendwie aufpolieren kann, aber es sieht einfach so drecksgeil aus, hinten der Auspuff jetzt mit den Koffern und der Gebäckbrücke und so, richtig auch adventurous, auf jeden Fall ein geiles Tourenbike und wenn es ein Sporttourer ist, ist es mir auch egal, ich habe nicht vor, damit grob Offroad zu fahren, es hat einfach einen mega geilen Stil, mich macht es komplett an, ich freue mich zu sehen und aber kein Witz, am Anfang auch, ich habe es immer wieder angeschaut und habe gesagt, das ist mein Bike, das ist krass, also es sieht so ganz anders aus, als ich so ein Bike, als ich mir mal ein Bike so vorgestellt habe, was ich fahre, aber es ist vollkommen egal, weil du musst dich einfach draufsetzen und verliebt sein und hat sie vollkommen erfüllt. Dementsprechend ja, auch von der Seite eben oben, dieser Tank, das Harley-Logo und dann der Motor drunter, ich finde auch Revolution Max, diese Zweizylinder, die sie dann so schön zur Schau gestellt haben, also ich muss auch sagen, einfach ein tausendfacher Pro-Faktor zur neuen GS 1300er, weil ich finde, wir sind Motorradfahrer, Alter, wir lieben den Motor, wir lieben das Ding, wie es arbeitet, ich schaue diesen Block an, ich schaue diese Auspuffrohre in dieser violetten Farbe an und weiß, da hat es richtig schön durchgeheizt, weil ich richtig schön Gas gegeben habe und bin einfach happy. Also das ist, das ist was Schönes für mich. Deshalb, 10 von 10, Straßenlage 10 von 10, unfassbar krass. Cruisen geil, Federung geil, ABS geil, Umdrehungen geil, Sound dazu geil, alles bei Straßenlage. Nein, aber es fährt wirklich, es fährt perfekt. Auch immer bombenstabil, aber, also und auch, man hat gespürt, quasi Traktionskontrolle regelt, hier hat ein bisschen geschlupft und es war immer ein 100% sicheres Fahrgefühl, ganz toll. Fahrassistenzsysteme, habe ich jetzt 9 von 10 gegeben, ist für mich quasi Traktionskontrolle, ABS, Quickshifter, Fahrwerk allgemein, weil ACC hat es ja keins zum Beispiel. Also alles, was da drin verbaut ist, hat perfekt funktioniert für mich und der Quickshifter, genau, der ist nicht 100% rund, aber für mich persönlich war der Ducati Quickshifter deutlich schlechter. Der KTM Quickshifter war besser, muss ich sagen. Der hat für mich wirklich 100% perfekt funktioniert. Genau, der Ducati Quickshifter, genau, der hat ja manchmal auch die Gänge ins Nirwana geschossen, dann auch quasi den Leerlauf reingehaut und dann geschallert und du hast nicht gewusst, was passiert und weil er sonst halt perfekt funktioniert hat, war das, es war kein Muster zu erkennen und manchmal hat es sich halt echt geschreckt und war echt ungut. Hier, hier weißt du quasi in dem Drehzahlbereich unter den Bedingungen mag er nicht so ganz, da machst du es halt einfach nicht und sonst funktioniert es. Ein Punkt Abzug. Stabilität allgemein, wenig getestet, muss man sagen. Ich habe auch nicht vor, es zu testen, aber sie ist nach links umgefallen auf den Sturzbügel und den Koffer, nichts passiert, alles perfekt. Oben bei den Handgriffen hat man auch irgendwie so Cut gesehen, aber ich bin auch mal durch die Hecke gefahren und da gibt es viele Tonnenbusche, also da waren sowieso schon ein paar Cuts dran, man erkennt nichts. Also wenn du es nicht weißt, weißt du nicht, dass das Bike mal umgefallen ist. Konnektivität muss ich auch sagen, die beste bisher. Bei Ducati hatte ich persönlich nur Probleme, auch dass das Display mal an sein muss, es war einfach ein kompletter Mist, konzeptionell, Südschik mag ich auch nicht und es funktioniert auch schlecht, anderes Ding. Bei KTM habe ich auch oft diese Pfeilnavigation getestet, hat auch nicht immer funktioniert, war ein Krampf, hat sehr oft einfach gar nichts angezeigt, war ärgerlich. Passiert by the way auch auf Südschik die Navigation dahinter, vielleicht kann man da schon was erkennen. Hier einfach alles perfekt, Karte perfekt angezeigt, Navigationsansagen perfekt, Handy wird nicht heiß, überhitzt nicht, Display ist aus, einfach so eingesteckt, alles cool. Genau, der ein Punkt Abzug kommt nur, weil eben dann irgendwie die Spritanzeige nicht mehr angezeigt wurde, aber ich würde sagen, das ist echt eine Kleinigkeit, wahrscheinlich vielleicht mit dem nächsten App-Update gefixt, vielleicht irgendwas kurz kaputt gefixt und geht wieder beim nächsten Mal. Also mache ich mir auch gar keine Sorgen. Aber einfach, dass ich quasi einfach in der App super schnell eine Route einstellen kann, dann mache ich einfach Start und dann stehe ich das Handy weg und ich steige aufs Mopple und es ist da und es geht. Also wirklich ein mega geiles Gefühl. Ich habe so happy, der vorhin im Bericht hat gesagt, Schatz, schau dir das an, es funktioniert einfach, es funktioniert. War toll, war wirklich toll. Das war's, das waren alle Kategorien. Kommen wir somit auf 48 von 50 Punkten. Die KTM braucht auch noch so eine Punktebewertung, ich hole es noch nach, versprochen. Ich bin der glücklichste Mensch, den es gibt. Kann ich euch echt so sagen. Also ich war nicht so glücklich, wie ich die Ducati hatte. Das Ducati Connect hat mich fertig gemacht, der Sound hat mich fertig gemacht. Ich war immer erst ab 8000 Umdrehungen glücklich und es hat was gefehlt. Deshalb viele haben ja auch schon gefragt, wieso hast du dir noch letztes Mal eine Ducati gekauft? Deshalb, es hat was gefehlt. Dann die KTM, ihr wisst es, pain, 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 aber voll happy, wenn sie fährt. Deshalb auch hier gerne nochmal, ja, ich würde mir nochmal eine KTM kaufen. Ein Kollege von mir hat schon gesagt, wird nie mehr dazu kommen, weil du jetzt nur noch Harley fährst. Vielleicht, aber ja, ich würde KTM noch die zweite Chance geben. Es war vielleicht einfach Pech, aber die Liste war schon sehr lang. In dem Fall jetzt auf keinen Fall. Du brauchst mal einfach so eine Pause von so einer scheiße Stelle. Du läufst genau wieder in so ein Problem rein. Du bereust es ewig. Es ergibt gar keinen Sinn. Gäts, haben mir auch Sachen gefehlt einfach. Dann setze ich mich drauf und bin einfach komplett verliebt und genauso soll es sein. Du sollst dich draufsetzen auf das Moped. Es soll einfach Spaß machen. Du sollst Freude haben. Es soll fahren. Und auch, ich finde eine ganz spannende Sache, vermisse ich ACC? Nein, überhaupt nicht. Und das Ding ist wirklich, wir sind jetzt auch wirklich sehr dynamisch, sehr viel gefahren, aber auch so auf der Autobahn. Wenn du halt eh die ganze Zeit irgendwie eher am Überholen bist und einfach auch vielleicht 150, 160 fährst, weil du ja auch hier Genua München, 150 Tempomat, einfach solide gezogen, das Baby Tempomat, grandios einfach. Wahnsinn. Hat so viel Spaß gemacht. Hat einfach Spaß gemacht zu cruisen. Und es war super komfortabel. Es war einfach alles perfekt. Also nein, ich vermisse es nicht. Wir sind jetzt, wir sind sogar auch durch die Schweiz gefahren, by the way, ewig lang irgendwie Tempo 80 dann, eben San Bernardino, da fährst du irgendwie 100, 110, dann wieder Autobahn. Nein, eben auch, wenn du manchmal überholst auf der Autobahn, dann 122, 23 auf der Schweizer Autobahn eben, dann bremst dich eher ACC eh mal aus, wo du sagst, hey, da hätte ich schon früher vielleicht links fahren müssen wegen der Abstandsregelung oder zu wenig oder zu viel Abstand. Und deshalb, ja, es ist ein Luxusfeature, ja, es ist voll geil, wenn man es hat, ist es mega toll. Ich kann jeden verstehen, der das super feiert. Ich feiere es auch super, aber vermisse ich es bei dem Motorrad? Ne, überhaupt nicht. Ja, und das war's. Das war eigentlich das einzige Feature, das es hier nicht gibt. Sonst kann man alles haben. Falls ich was vergessen habe, schreibt es gerne hin. Kann aber sein. Mein Kopf ist schon quadratisch. Ich habe viel zu viel Videos produziert und geschnitten in den letzten Tagen. Also, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis bald. Das Bike ist der Hammer. Setzt euch drauf und fahrt es. Tschüss.